Den hast du gleich zu lesen. Mahlverbot, Berufsverbot, Essverbot, Trinkverbot. Ich hab mir das nicht ausgedacht. Mich haben sie beauftragt, das Mahlverbot zu überwachen. Ich bin am nächsten dran. Die glauben, dass Mahlen gefährlich ist. Die glauben, dass ich gefährlich bin. Wir werden zusammenarbeiten, Sigi. Gegen uns beide. Da kommt keiner an. Wollen wir zusammen malen? Du sollst ihn beobachten. Aber du darfst da nicht malen. Brauchbare Menschen müssen sich fügen, mein Junge. Aus dir machen wir was Brauchbares. Wo willst du hin? Du musstest deinem Vater sagen. Du hast dich vor ihm gezeigt. Angeboten hast du dich ihm. Du bleibst ihm. Kommst du wieder? Du musst ihm helfen! Die werden ihn umbringen, ist euch klar? Er hat dir gezeigt, wie man Schmerz mahlt. Max! Ich tue nur meine Pflicht. Und wenn sie dir befehlen, mich umzubringen, dann tust du das auch. Ich tue nur meine Pflicht. Und die Пр Pentорт antrek 해. Natürlich muss sie vorher admin in die Pflicht man und ich quarantain. Ich tue nur mein umbrennende Fanbase. Ich tue einfach jum 종 die Ich teine Befdel Pavfels. Vielen Dank.